hallo ja hier ist euer minoxi hd mit einem kleinen info video wie ihr hören könnt habe ich jetzt ein headset ja ein neues headset ja das info video sollte eigentlich darum gehen dass ich jetzt vorhabe jeden dienstag ein video zu produzieren es wird dann so dienstag mittwoch herauskommen wenn ich es nicht schaffe am dienstag ein video zu produzieren kann es zu verspätungen kommen das ist ja aber normal ich werde mich bemühen jede woche also jede woche ein video herauszubringen ja das war es auch schon ein kleines info video kurzes info video